Wir haben hier eine Städtepartnerschaft mit Solingen seit 1990. Die Solinger haben uns sehr stark damals beim Hochwasser 2002 unter die Arme gegriffen mit Feuerwehr, aber auch mit erheblichen Spendenmitteln. Und jetzt kam eine Videobotschaft der Feuerwehr von Solingen. Dort spielten wir auf der Drehleiter Beethovens Neunte und die Ode an die Freude. Und das ist sozusagen die Antwort darauf, die jetzt gebäckische Nationalhymne der Steigermarsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020